In diesem Video wird gezeigt, wie man in BigBlueButton ein Whiteboard nutzen kann. BigBlueButton verfügt nicht über eine eigenständige Whiteboard-Funktion, man kann aber auf jeder eingebundenen Präsentation im Präsentationsmodus schreiben, zeichnen, tippen. Man kann verschiedene Farben nutzen, verschiedene Formen einsetzen. Ein Radiergummi existiert nicht, mit einem kleinen Trick kann man sich aber behelfen, und zwar mit einer relativ großen Strichdicke auf einem weißen Hintergrund mit einem weißen Stift sozusagen radieren. Man kann auch auf jeder anderen eigenen hochgeladenen Präsentation zeichnen. Man könnte entsprechende Folien bereits vorbereiten, die zum Zeichnen bestimmt sind, und beispielsweise gemeinsam in einer Folie Markierungen vornehmen. Wenn man eine Präsentation wieder hochlädt, die man bereits in der Webkonferenz benutzt hat, bleiben alle Artefakte darauf erhalten. Allerdings gibt es keine Möglichkeit, diese zu exportieren, sie bleiben aber in der Aufzeichnung sichtbar, oder man macht einen Screenshot. Artefakte Artefstarter